Was für Dienst bin ich ein Hund? Sag mal nur traurig. Was soll man machen, wenn man einen Bastard im Tor hat, der keinen Ball hält? Sag mal, das ist doch nicht normal, Allah. Kann man so ein Mensch sein? Unzuverlässig? Schlecht? Allah, Allah, Allah. Der Junge hat extra Wünsche bei jeder Kacke.